Hey Leute, und hier hätte ich euch jetzt den Deathcube mitgebracht. Der Deathcube war früher mein Lieblingswächter, wurde jetzt meiner Meinung nach outperformed vom Dirigar, aber trotzdem ist er noch ein verdammt guter Wächter und vor allen Dingen für Anfänger absolut zu empfehlen. Der Deathcube ist eher so der Wächter, wenn ihr ein bisschen offensiver spielen wollt, also ein bisschen mehr Damage drücken, und da ist er einfach eine gute Wahl, denn er hat eine gute Attack-Reichweite von 30 Metern, er kommt mit einer ziemlich guten Starter-Waffe, der Deathmission-Ride, oh Gott. Mit dem Death-Maschinengewehr, die haben das immer noch übersetzt, und er hat halt eben noch eine gute Fähigkeit. Die gute Fähigkeit ist Verdampfen, die macht 600 Strahlungsschaden an einen Gegner, der bis auf 4 Meter oder näher an uns rankommt, und das Ganze hat eine Abklingzeit von 30 Sekunden. Das klingt jetzt vielleicht nicht so berauschend. Vom Damage her ist es auch akzeptabel, aber jetzt nicht berauschend gut, aber es reicht, um schwache Gegner von uns fernzuhalten, zum Beispiel die Grineer-Roller. Aber auch stärkere Gegner werden gestunnt oder bekommen doch schon, zumindest im niedrigen Level-Bereich, akzeptablen Schaden. Ich möchte euch das Ganze einmal zeigen. Fangen wir an mit einem Grineer-Roller. Nur damit ihr seht, worauf ich hinaus möchte, mit ekelhaften Gegnern von uns fernhalten. Ihr kennt es ja, die kommen an, springen um uns rum, und jetzt wurde er einfach weggezappt. Bei stärkeren Gegnern oder Gegnern, die ein bisschen mehr Rüstung haben oder nicht anfällig sind gegen Strahlung, sieht das Ganze jetzt schon mal wieder ein bisschen anders aus. Da hole ich einfach so ein schlechter. Wie bereits erwähnt, 30 Sekunden Abklingzeit. Jetzt müssen wir warten. Na, komm schon. Hier, jetzt wurde er gezappt. Sein Leben ist fast ganz weg, ist auch nur Level 20. Aber ihr seht auch, der war schon jetzt eine Weile gestunnt. Das Ganze funktioniert auch bei Heavy Gunnern und so, die sind dann auch gestunnt, also ist eine akzeptable Fähigkeit und sie ist es auf jeden Fall wert, reinzumachen. Gut, die Stats vom Deathcube sind 100 in... Ja, Energie ist jetzt eher egal. Sind 200 Gesundheit, 50 Rüstung und 100 Schild. Der Bild, den ich für euch vorbereitet habe, ist derselbe wie in jedem anderen Wächter auch, oder zumindest in fast allen. Ihr wisst noch, die Prioritätenliste von oben links nach oben rechts, dann unten links nach unten rechts. Das bedeutet an erste Stelle Beschützer. Hier hinten habe ich jetzt Schildlader drin, nimmt aber glaube ich keinen Platz weg. Dann hier unten verdampfen und unten rechts schneller tot. Wenn ich das so rum machen würde, würde er immer versuchen anzugreifen und würde nie verdampfen. Von daher machen wir verdampfen vor den Angriffsmod. Die anderen Mods wären Metallfaser, kalkulierte Umlenkung, verbesserte Vitalität, Vakuum, tierischer Instinkt und Anheizen. Ich denke mal, hierzu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe euch gezeigt, wie das Verdampfen funktioniert und ich hoffe, dieser Bild hilft euch. Vielleicht soll ich noch erwähnen, Schildlader ist jetzt nicht der beste Mod, aber es ist immer noch die beste Wahl, die wir hier haben, weil Primed oder die normale Erneuerung taugt gar nichts. Kühlmittelleck ist gerade mal ein Slow von 10% in einem 3 Meter Radius, ist jetzt auch nicht so wirklich toll. Also von den beschränkten Mods, die wir jetzt haben, ist das hier meiner Meinung nach die beste Wahl. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, falls ja, könnt ihr mir gerne ein Abo und ein Like da lassen und ansonsten bis zum nächsten Mal.